Jesus erklärt, wie eine einzige, dämonische Strategie unser ganzes Leben ruinieren kann. Geistige Kriegsführung Teil 8 1. September 2016 Worte von Jesus an Schwester Claire Übersetzt und gesprochen von Jackie Claire begann Herr, ich will nur die Gaben, welche du willst, dass ich sie habe. Ich will nichts darüber hinaus, was du mir gegeben hast, ausser du legst den Wunsch in mein Herz. Jesus antwortete, das ist sehr weise, meine Taube, tatsächlich sehr weise. Andere wissen nicht, was meine Diener ertragen, um die Gaben zu tragen, welche so begehrt sind. Wenn sie es wüssten, würden sie es nicht wagen, darum zu bitten. Aber das ist nicht, worüber ich mit euch sprechen möchte heute Abend. Oh, wie ich meinen Leib liebe, doch sie reissen und zerren, laufend an sich selbst. Und ich beabsichtige, dem ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, bei jenen, die zuhören und gehorchen. Da gibt es einen Grund, warum ein lügender Geist der Verleumdung einen solch erstaunlichen Einfluss hat. Oh, ihr lieben Kinder, ihr habt keine Ahnung von dieser Falle, welche vor euch gelegt wurde und wie weitreichend sie in Wirklichkeit ist. Die Dämonen werden etwas als Böse erscheinendes nehmen und es in eine Tatsache umwandeln in eurem Kopf. Wenn es einmal gefestigt und als eine Tatsache anerkannt ist, wird es eure ganze Denkweise beeinflussen. Alle werden verdächtig erscheinen. Aufgrund dieses beschützenden Bewusstseinszustandes werdet ihr automatisch diese verdächtigen Eigenschaften filtern. Um euch selbst zu schützen. Wenn ihr einmal jemanden entdeckt habt mit diesen Eigenschaften, werdet ihr das Schlimmste über sie denken. In genau dem Augenblick, wo ihr das tut, schwingt die Türe zur dämonischen Dimension weit auf. Lügende Geister werden dann durch euch strömen, um euch in einen tieferen Misstrauens- und Isolationszustand hineinzuziehen. Es geht nicht darum, wer involviert ist, sondern darum, euch zum Sündigen zu veranlassen. Wenn ihr in jenem Zustand seid, befindet ihr euch im Überlebensmodus, um euch selbst zu schützen, und ihr handelt aus einer tiefsitzenden Angst heraus. Die Dämonen verstärken dies, indem sie eine Fülle von Bedrohungen andeuten, welche von diesen Menschen ausgehen. Zwei Menschen mögen schuldig sein, aber in euren Gedanken sind es in Wahrheit 20, welche ihr auch damit in Verbindung bringt und als Schuldig erachtet, aufgrund der Wirkung, welche dieser Prüffilter hat. Da ihr jetzt 18 unschuldige Menschen verurteilt habt, befindet ihr euch in einem voll ausgewachsenen Krieg mit den Dämonen, welche durch jede Türe hereinströmen, die ihr mit jeder einzelnen, unschuldig verurteilten Seele geöffnet habt. Seht ihr, wie täuschend und zerstörerisch das ist? Was noch schlimmer ist, dass während der Verstand dafür konditioniert wird, die wirklich Schuldigen zu entdecken, eure Kriterien so umfassend werden, dass mit jedem Tag die Merkmale, welche Verdacht aufkommen lassen, zunehmen. Und dann wird fast jeder, den ihr kennt, von euch als Schuldig erachtet und verurteilt. In einem sehr realen Sinn werdet ihr zu dem, was ihr verachtet, weil ihr so tief in jene Mentalität eingetaucht seid, es bestimmt euren Fokus und es beeinflusst euer Denken. Was bringt Heilung? Es ist zu einfach, als dass es die Intelligenten begreifen könnten. Haltet eure Augen auf mir. Fokussiert euch auf mich. Wisst, dass ich euch beschütze. Während ihr euch auf mich fokussiert, werdet ihr mir immer ähnlicher. Ihr lernt, dass ich euch den Rücken freihalte, sozusagen. Ihr findet heraus, dass es nicht darauf ankommt, wer eure Feinde sind. Alles, worauf es ankommt, ist, dass ihr sie liebt. Die Angst verschwindet, weil ihr auf mich blickt und mir vertraut. Angst ist der Motor, der diese Art von Urteil antreibt. Wenn die Angst verschwunden ist, dann verschwindet auch das Urteilen, um zu überleben. Das ist, warum die Menschen, welche lehren, sich auf mich zu fokussieren, Intimität im Gebet und meine Stimme zu kennen und zu hören, so ins Visier geraten von Verfolgungen. Wenn ihr mir zuhört, navigiere ich euch um die Riffe des Urteilens herum und dann wird ihr Türöffner nicht mehr länger erfolgreich sein. Das ist der Grund, warum es so wirksam ist. Ein Angstdämon legt das Fundament. Dann zusammen mit einem Gefühl der Selbsterhaltung errichtet ihr einen Überprüfungsfilter, um nach gewissen Eigenschaften bei Menschen zu suchen. Ob real, eingebildet oder absichtlich verfälscht von dem Feind, diese Überprüfung wird viele erfassen, welche die äusserliche Erscheinung eines Feindes haben könnten. Damit ihr sie fälschlicherweise beschuldigt und so die Türen für die Dämonen öffnet, welche euch mit vielen Krankheiten tyrannisieren. Da ihr dies nun wisst, wenn ihr in Übereinstimmung mit dem handelt, was ich euch gesagt habe und ihr mich zum Mittelpunkt eurer Realität macht, wird dies niemals geschehen. Es wird euch nichts ausmachen, auf wessen Seite sie stehen. Claire Vergib mir, Herr, aber was ist während der Trübsalszeit? Nun, das ist eine andere Geschichte. In jenem Fall werdet ihr jeden, ausserhalb eures inneren Kreises, als verdächtigen Ansehen, bis etwas anderes bewiesen ist. In diesem Sinne ist euer Überlebensinstinkt angemessen. Wenn ihr aber gelehrt worden seid, nicht zu richten, werdet ihr keine Urteile austeilen und eine Abwarten und Sehanhaltung entwickeln und Vorsicht wird euch führen. Aber dies ist komplett anders, Claire. Ihr lebt noch nicht ganz in jenen Zeiten in diesem Land. Es ist noch ein weiter Weg dahin. Worüber ich spreche, ist ein Ungleichgewicht im Denken, welches euch laufend in Alarmbereitschaft hält für eine Gefahr. Diese Denkweise, wie du gut weisst aus Erfahrung, ist sehr ermüdend und erschöpfend und steht im kompletten Gegensatz zu persönlicher Heiligkeit und Nächstenliebe. Selbst wenn ihr eine Person verdächtigt, dass sie mit dem Feind zusammenarbeitet, wird eure Güte gegenüber ihr trotzdem Auswirkungen haben. Claire Herr, wie befreit sich eine Person selbst aus dieser tödlichen Falle? Zuerst müsst ihr Busse tun für die sehr ernste und zerstörerische Sünde des Richtens. Wie ich euch zuvor gesagt habe, wenn ihr richtet, geht jener Gedanke hinaus und sticht jener Person in den Rücken. Sie wird niedergeschlagen, tief betrübt im Herzen und sie fühlt sich unsicher und sie weiss nicht, was das Problem hinter jenem Gefühlen ist. Wenn ihr richtet, verletzt ihr andere, ihr schwächt sie und ihr bereitet sie vor auf Selbstverachtung und ihr verursacht ein nicht definierbares Gefühl der inneren Unruhe. Dies ist ernst. Das ist, warum ich euch gelehrt habe, dies nicht zu tun. Es ist so zerstörerisch. Und was noch schlimmer ist, wenn ihr es mit Heiden zu tun habt, stösst ihr sie erfolgreich weg von mir. Denkt nicht für einen Augenblick, dass Menschen ignorant sind darüber, was in euren Gedanken vor sich geht über sie. Sie sind es nicht. Sie nehmen es nicht nur wahr in eurem Ausdruck und im Tonfall eurer Stimme. Die Dämonen flüstern auch in ihre Ohren. Ihr werdet nicht ungeschoren davonkommen. Wenn es nichts anderes ist, so werden sie doch eine Aversion gegen euch entwickeln und euch auf Armlänge fernhalten. Und das Grundbedürfnis in menschlichen Beziehungen, das Vertrauen, wurde zerstört. Ihr könnt nicht weit kommen in einer Beziehung, welche durch Verrat beschädigt wurde. Da wird es immer eine Schutzvorrichtung geben vor der Person, die ihr verraten oder betrogen habt. Es kann sein, dass ihr deren Vertrauen niemals zurückgewinnt. Nur ich kann wiederherstellen, was zerbrochen worden ist. Also, Nummer 1. Ihr müsst vergangene Urteile bereuen. Wie die Schrift sagt, wie ihr gerichtet habt, so werdet ihr gerichtet werden. Matthäus 7, 2 Dann müsst ihr mich bitten, euch zu helfen. Abhängend davon, wie lange ihr in diesem Zustand gelebt habt, wird es mich einige Zeit kosten, euch zu helfen, von dieser Gewohnheit wegzukommen. Du kennst das aus erster Hand, da du und Ezekiel immer noch gegen diese heimtückische Gewohnheit kämpft. Claire, ja, Herr, ich hasse es. Also, betet um einen Wächter über eure Lippen, über eure Gedanken, über eure Herzen. Und wenn ihr euren Mund aufmacht, tut dies achtsam, indem ihr sicherstellt, dass ihr keine Beleidigung auf jemanden geschleudert, ohne Grund. Und von diesem Moment an in eurem Leben legt jede böse Vorstellung über andere nieder, indem ihr euch gründlich davon lossagt und ablehnt, irgendetwas Negatives über jemanden zu hören oder wiederzugeben. Jene Anregungen kommen niemals von mir. Sie kommen immer von den Teufeln. Das kommt von ihnen. Wenn es sich um eine christliche Lehre handelt, seid vorsichtig. Ihr wisst nicht alles. Viele bringen Meinungen hervor, die sie in ihren Kirchen gelernt haben, die nicht schriftgemäss sind. Sie stellen sie als Wahrheit hin und erklären, dass jede andere Interpretation eine Irrlehre sei. Wenn ihr aber glaubt, dass es ein deutlicher Fehler ist, sprecht in Frieden und Liebe, aber begebt euch niemals in nutzlose Argumente und Geplänkel. Wahrheit hat ihre eigene Salbung. Wahrheit wird triumphieren. Es kann sein, dass ihr bis zum Himmel warten müsst, aber sie wird am Ende triumphieren. Ihr werdet feststellen, dass vieles, das gesprochen wird, nur Tratsch und Negatives ist. Das wird euch inspirieren, euch nicht an Gesprächen zu engagieren, welche nichts Erbauendes beinhalten. Als Gebetskämpfer denkt daran, wenn ihr Sünde seht. Ihr habt Schlimmeres getan. Und dann betet mit dem Mitgefühl, welches ihr euch selbst entgegengebracht habt, in euren eigenen Schwachheiten. Viele Male werde ich tatsächlich Seelen zu euch führen, die eine Sünde haben in ihrem Leben, welche ihr auch habt, aber die ihr noch nicht entdeckt habt. Dies wird einen ausgleichenden Einfluss haben, um euch vor Stolz und Urteilen zu schützen. Meine geliebte Braut, seid gerecht, genauso wie ich gerecht bin. Denkt daran, ich bin der Einzige, der geeignet ist, die wahren Motive der Menschen zu erkennen. Selbst in einer bösen Erscheinung kann eine Seele selbst glauben, für andere Gutes zu tun, obwohl es für euch schlecht aussieht. Ich allein kenne die Warums und die Wisos ihres Verhaltens und eure beste Haltung ist, ein stilles, tugendhaftes Beispiel zu sein und jene zu segnen, die euch wehtun, nicht mit euren Lippen, aber mit eurem Herzen, wo ich wohne. Bitte, meine Leute, eliminiert dieses tödliche Gift aus eurem Leben. Ihr werdet sehen, dass während ihr dieses Böse aus eurem System spült, sich euer Leben zum Guten wenden wird. Die Unterdrückung wird immer mehr abnehmen und euer Licht wird leuchten, wie die Sonne zur Mittagszeit. Untertitelung des ZDF,